moin moin und herzlich willkommen zurück zu let's play resident evil 7 end of zoe ja beim letzten mal haben wir feststellen müssen dass ein alligator uns gefährlich werden kann und deswegen gucke ich jetzt hier vorne noch mal ob ich hier vielleicht noch ein speer oder so finde der tipp war ja auch letztes mal dass wir mit dem messer eventuell ein alligator besiegen können aber wir haben auch noch kein messer ich da noch mal hoch ich darf auch gar nicht mehr hoch es gibt hier aber leider auch nichts noch was ich hier noch entdecken könnte also wir haben zwei speere das schon richtig ist es zu wenig speere für zu viele alligatoren den müssen wir leider erst mal ausschalten so gucken ob wir noch irgendwo vielleicht ein speer finden hier in der omen ecke oder so gucken ich möchte natürlich versuchen die irgendwie aufzuschonen da oben sind speere sehe ich gerade die habe ich jetzt mal nicht gesehen das schlimme ist dass hier rechts um ecke ein alligator liegt da und der hat mich beim letzten mal nicht bemerkt ich hoffe dass dem immer noch so ist es ist schlimm der bemerkt mich immer noch nicht das schlimm ist es gut was ist das denn da ist ein flusskrebs ok aber ich komme da nicht hoch es ist sehr schade weil ich würde ganz gerne das zeug nehmen das ist immer mit ganz klar ja machen wir das den werden wir wohl töten müssen hat er mich gerade erschreckt ich dachte ich dachte der bleibt da im schleich modus dem war nicht so den da hinten möchte ich nicht begegnen wenn ich ehrlich bin aber wenn ich jetzt weiter gehe habe ich gleich ein problem ich muss hier irgendwie noch ein speer oder irgendwas finden und ich kann da hinten rum ja ok das habe ich letztes mal nämlich nicht gesehen sehr gut auch ne ouch na komm ich verstehe gerade nicht warum ich ich treffe ok einer ist weg beide weg ok beide weg puh ich habe glaube ich noch so ein bisschen krabbeltiere übrig nennen wir mal irgendwas komm ein krebs mhm hat nicht gereicht na gut egal möchte ich mehr als unnötig fressen äh mehr als unnötig mehr als nötig so ich will auf jeden Fall die Speere da haben die da waren sehr gut sehr gut den da hinten lasse ich mal leben glaube ich weil der hat mich ja nicht gestört laufen wir mal zurück und dann können wir jetzt auf jeden Fall den einen Alligator da platt machen vielleicht sind es sogar zwei wer weiß so da hinten ist einer ich habe ihn gesehen der ist weg ok bestimmt noch einer wenn nicht dann habe ich noch eine ja war klar so der ist auch weg sehr gut ich hoffe das reicht sonst habe ich nämlich jetzt echt ein Problem hier noch was versteckt so eine Voodoo Puppe oder so ich habe nichts gegen Stärke wir sind zumindest mal wieder an Land das ist schon mal ganz schön wobei dieses taktische mit den Alligatoren rumkämpfen hat auch was ist vielleicht besser als gegen die Moldet entriegelt ah jetzt sind wir einmal im Pudding gelaufen ok dann einmal abspeichern wir sind ja im Prinzip jetzt genau da wo wir angefangen haben eben kurz gucken nö das ist eine Sackgasse ok das ist eine Sackgasse warum war da die die ist es doch Gott sei ja genau da kommen wir her alles klar hat sich erledigt gut dann gehen wir da mal hoch würde ich sagen dann kommen wir jetzt nämlich in diese besagte Halle ich glaube da ist viel mit Anschleichen verbunden das ist eigentlich ja nicht so meins wisst ihr ja vielleicht ich hasse diese Anschleich Missionen aber sie lassen mir gerade keine Wahl aber ich habe noch ne ich habe keinen Speer mehr ah ne richtig war ja gerade das letzte Krokodil schade oder Alligator ja komm hoch da so und da müssen wir jetzt gleich aufpassen oh Gott hier wird viel geschlichen und angepirscht oh nein und wir haben eine Taschenlampe das ist schon mal schön Metallschrott ok was können wir denn damit machen ein Haufen verschiedener Alpeteile kann allein nicht verwendet werden mit nichts was wir haben ok da muss ich noch mal ein bisschen warten vielleicht können wir Minen basteln oder so Minen wäre ganz geil dann kann man die vielleicht in eine Falle locken die Viecher ist das da hier die Station könnte sein sah ja aus wie so eine Schleuse oder so fand ich da können wir mal eben reingucken hi da ist eine Speicherung ist das Arznei ist immer gut das ist sehr gut so ja komm dann immer nutzen immer nutzen die Speichermöglichkeiten ok dann weiter ich müsste eigentlich mal wieder ein bisschen Energie nehmen ist hier oben noch was drauf da komm ich her guckt mal was da ist eine vierte von diesen ja Boxerpuppen heißen die sehen für mich eher aus wie Voodoo Puppen aber gut jetzt haben wir schon 4% mehr Stärke insgesamt wenn man das so glauben kann ich glaube ich höre was krabbeln oder ah schon so ein bisschen wahrscheinlich krache ich gleich auch durch den Boden oder oh ein Ast ist das eine Waffe das kann ich mit dem Schrott ah da kann ich Speere mitbasteln das ist sehr gut ok also Schrott und Holz zusammen ist ein Speer ja gut kann man irgendwo ein bisschen logisch ableiten ich denke schon ah die sollte ich vielleicht für die Alligatoren aufschonen oder oh Gott ich höre schon was hi ok komm mal her du Arschloch alter der haut aber ordentlich rein komm drauf treten du bist tot ok ja ich weiß nicht ob man die wirklich im Nahkampf angreifen sollte wahrscheinlich sollte man die mit dem Speer kaputt machen aber ich habe da so ein bisschen Hemmungen nicht gesagt ein Speer dafür zu verwenden für die Viecher hier noch was Schönes ach ja ok ja da haben wir von dem Getier haben wir total viel vielleicht wenn wir jedes Viecher einmal fressen gibt es irgendwie ein Achievement oder so könnte ich mir auch vorstellen so da ist nichts na dann super oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott na ja für Schleichergriff und den Anschluss super oh fuck geht denn der lang gut der geht da hin und her anscheinend ok dann verstecken wir uns mal hinter dieser Kiste und wenn er gleich wieder kommt versuche ich ihn mal von hinten anzugreifen die scheinen ja blind zu sein die Viecher ne ich meine die Taschenlampe scheitert ja nichts auszumachen oh fuck vielleicht sollte ich die mit dem Speer die kleinen Mistviecher jetzt ist er gerade weg ich gehe jetzt mal hier hinten gucken was hier ist kann ich dem trauen Mad das sollte aber auch nicht so viel Krach machen ich weiß es nicht ich habe so ein bisschen Angst gut wir könnten hier weiter tja scheiße fuck das war schlecht na gut jetzt habe ich den Speer verbraten ja das war nicht gut geht's hier weil ich bin mir nicht sicher ob es hier weiter geht oder ach Gott da waren auch andere Gänge ich weiß der frisst gerade da springen wir jetzt mal nicht runter also ich versuche es glaube ich erst mal mit diesem Tunnel hier mal gucken wo wir da rauskommen da ist Metallschrott das ist schon mal gut jetzt bräuchte ich noch ein bisschen Holz ich habe was gehört ich weiß auch schon in welchem Gang ich hier bin ich muss mal hier gucken da läuft ja bestimmt gleich einer lang ich sehe schon Schatten Frage ist wo läuft der lang und wie oh Gott ich habe Angst das ist der Kleine der am Boden krabbelt in welche Richtung guckt der ich sehe halt nichts der guckt in diese Richtung okay dann lasse ich ihn doch mal krabbeln aber wenn ich das weiß dann kann ich jetzt hier von der anderen Seite hin krabbeln ich meine wenn der jetzt sich nicht immer umdreht das weiß man jetzt ja nicht dann könnte ich ihn von der anderen Seite einfach killen mal gucken ob das klappt vielleicht läuft er aber auch rum ich habe eben gesehen dass er in die andere Richtung guckt gut geht ha okay also solange er sich nicht bewegt alles gut dann haben wir jetzt hier tatsächlich gerade mal Ruhe in dem Bereich das freut mich sehr gut ich kann was basteln äh ne das nicht das mit dem sehr gut ja oh da steht ja noch ein Speer das darf ich natürlich nicht vergessen da muss ich ein bisschen aufpassen und achtsam sein so kann ich hier in der Mitte noch rein ist da was wichtiges das muss die Medizin sein aber möglich ich gehe nochmal im kurzen Schritt zurück und versuche zu speichern bevor ich jetzt gleich runterspringe diesen Abgrund hier war doch noch hier war doch ein Speicherungsgedöns ne war der hier nicht irgendwo war das oben der war oben ne ja da um die Ecke also ich will mal eben speichern bevor ich da jetzt weiter weil die habe ich eigentlich alle ganz gut weggekriegt den einen Speer hätte ich vielleicht nicht unbedingt benutzen müssen ja sehe ich einen aber ich denke das war ganz gut so hier war doch gerade noch ein war hier nicht ein Gerät zum Speichern war das da oben kann auch sein irgendwo hier waren da ok den nehmen wir mit so ich glaube das ist ja das ist nicht verkehrt kann ich mal kurz ein Schluck trinken hier hervorragend so gut ja denn dann müssen wir jetzt jetzt zu dieser alten Stelle wo ich da runterspringen musste aber die Gegner scheinen auch jetzt nicht einfach blöd zu spawnen das finde ich schon mal sehr gut vielleicht wenn man in einen alten Bereich zurückkommt dann könnte ich mir das vielleicht noch vorstellen aber jetzt nicht so in diesem Gang hier das sieht auch nicht danach aus na alles frei jetzt sehr gut ok das heißt wir können jetzt hier hin und dann muss ich gleich an der Einstelle aufpassen genau wenn wir hier hier war eine Tür genau da war eine Tür da habe ich noch was mitgenommen gehabt oder ich versuche mich mal an den anzuschleichen ich bin mir nicht sicher einmal die Treppe da würde ich aber direkt auf den oh Gott da ist ja noch einer soll ich das versuchen also ich springe mal runter das hat geklappt und die scheint es auch noch nicht zu hören ich glaube ich lasse den da einfach mal in Ruhe oder ich glaube ich lasse den lieber mal da der stört jetzt ja gerade nicht groß ist da einer drin hallo hallo schon aufpassen ne scheint nichts drin zu sein ok dann da kann ich noch weiter runter ok noch eine Ast eine Ast sehr gut drei Stück ja wir können wieder runter ok da ist auch einer scheiße na gut das war jetzt doof ne gehen wir hier rein hauen wir einfach ab oh sehr nett ok der Tunnel hat sich gelohnt habe ich jetzt schon wieder Schrott zusammen ne ach oh das ist eine andere eine unheimliche Puppe für schwarze Magie für jede Inventar 5% hm moment die packe ich mal da hin warum nicht oh Gott ich habe so ein bisschen Angst jetzt hier rauszukommen ich beobachte mal eben kurz die Lage läuft da draußen jetzt einer lang oder nicht ja ok läuft der hin und her ist die Frage ähm zurück bitte duck dich doch scheiße das war jetzt ein bisschen doof ne gut ja geht's das war jetzt gut gut Der ist weg. Ich war, Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen ruhiger, ist mir schon durchaus bewusst. Ich hoffe, dass der jetzt sich da weiter schön versteckt, dass ich den von hinten auch noch eben ergreifen kann. Ja, okay. Gut, dann habe ich ja den Raum hier eigentlich ganz gut platt gemacht bisher. So. Das haben wir auch. Ja, ich weiß, dass ich wahrscheinlich in den einen Raum da rein muss, aber ich will mal eben kurz gucken, was hier noch so ist. Ach, ist das die Stelle, wo ich runtergesprungen bin? Tatsächlich, bin ich einmal im Kreis gelaufen. Ach, dann ist das, dann war der das hier, der da angelaufen kam, ja? Muss wohl. Gut, dann habe ich den wohl aufgeschreckt. Was ist das? Ach, da ist noch ein Getier. Ja, dann nehmen wir das mit. Ein Getier. So. Dann brauchen wir nur noch in den einen Raum rein, wahrscheinlich, ne? Das wäre da lang. Ich könnte mal hier hinten rum, ob da noch was ist. Den Gang hatte ich mir ja eigentlich genau angeguckt. Ja, doch schon. Da kam ich ja her. Ja, ich müsste eigentlich alles gesagt sein. Dann gehe ich mal von hier aus jetzt da rein. Was ist das? Oh, ein Medikament ist gut. Und ein Dokument? Ne. Aber nochmal einen Zettel von Evelyn. Oder Evie. Ich glaube, hier auch mal. So, ist hier was? Nö. Scheiße. Hier Geräusch. Das sieht so nach Bosskampf hier aus, irgendwie, ne? Also ich, ja, irgendwie schon so eine kleine Kampfarena. Habe ich so einen Eindruck. Oh, hier ist ein Speer. Den habe ich gar nicht eigentlich erkannt. So, da ist aber sonst nichts weiter. Da muss ich anscheinend lang. Okay. Ich habe so ganz gerne jetzt mal eine Abspeicherung-Möglichkeit. Schön laut. Sehr gut. Immer schön krach machen. Okay, gehen wir da hoch. Da passiert bestimmt überhaupt nichts. Vielleicht gleich irgendwie einen Knopf drücke, ne? Ne. Oh. Ne, ne mit. Sehr gut. Stapeln die sich immer noch? Sieht so aus. Ja, okay. Einmal abspeichern. Ganz, ganz wichtig. So. Hervorragend. Ja, dann wollen wir mal. Ich habe Angst. Was? Ach, komm schon. Ja, ist gut. Aha. Das ist es. Endlich. Das ist eine volle Ladung, ja. Hi. Bin ich jetzt gerade ein Deck tiefer gefallen? Glaublich, ja, ja. Hi. Au, fuck. Wie soll ich denn? Oh, der ist aber auch stark, der Penner. Los geht's. Okay. Äh. Was mache ich mit dem gerade? Er ist nicht drauf, hör. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ist ja gut. Lauf doch. Ich habe doch gerade... Was soll das denn? Ach, Mann. In der Heilanimation. Sowas finde ich scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war mitten in der Heilanimation. Wie soll ich denn da so schnell... Ja, das ist ein Angriff auszuweichen, ja. Ja, das sind Tipps, auf die wäre ich auch selbst gekommen. Danke. Oh, okay. 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 Komm, ja. So, einmal haben wir ihn. Ich hebe doch meine Arme. Was war... Es ist sowas unglaublich. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich hebe doch meine Arme schon hoch, wie sonst was. So. Komm, greif an. Er humpelt, ne? War es sein? Ist gut, ist gut. Meine Fresse. Puh. Jetzt kommt es schon her, du Arschloch. Was? Ich habe... Ich kann nichts machen. Da braucht es schon mehr! Ah fuck, ich kann ja nichts machen Ja, ist gut Ja, hat er mich im Rücken erwischt, obwohl ich ihn gerade eigentlich davonlaufen wollte Boah, dieses Viech macht einen aber echt wahnsinnig, ne? Ja, 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 okay, der ist nicht übel Ich bin halt nicht so der, der, der Taktiker, ne? Ist ja gut Boah Ich, ich drücke, ich, hallo, wie oft ich hier L1 drücke Es geht auf keine Kuhhaut Ja, super Ich kann nichts machen Ich hab keine Möglichkeit, die Heilung zu nehmen Ja Das will ich doch gar nicht Ah, das hab ich einmal Das, das bringt's ja noch nicht Ach, jetzt hat er mich wieder, ne? So'n Arsch Penner Steh auf, Mensch Steh auf, Mensch Du bist aber auch ein Arschloch Oh, Mann Das ist, bist ein Arsch, ey Ich kann gerade nichts machen Komm her Arschloch Ich, hallo, ich hab doch meinen Oh, es macht er mich fertig hier Du bist ein Sackgesicht, bist du Ja, ist, ja, ist okay Wo sind die Kisten? Ich sehe ihn gerade nicht Hi Äh, nein Ach Ja, ja, das war mein Tod Komm, mach ihn Ja, genau, kannst du nicht machen Aber ich glaube, das wird jetzt nichts mehr Oder? Na? Na? Ich glaube, das war's Oh Ich hab's überlebt Kann ich jetzt mal irgendwas kombinieren? Ja, klar Okay, immerhin Immerhin Wir sind wieder Halbwegs fit Ich werd mich hier nochmal eben umschauen Da ist noch ne Oh, das ist noch ne Das ist sehr gut Dann haben wir noch eine in petto Sehr gut Okay Ich geh den Raum noch einmal eben hier ab Vielleicht hab ich hier noch was übersehen In dem Eifer des Gefechts Ich konnte ja nicht wirklich rumgucken Hier war ne Heilung Die hab ich mir genommen Also der Kampf war gar nicht mal so ohne Muss ich euch ganz ehrlich sagen Oder ich hab mich einfach blöd angestellt Das kann natürlich auch sein Aber puh Ja, der hat es in sich Da kann ich lang Da werd ich wohl auch lang müssen Okay Dann schauen wir mal Wo wir jetzt hinkommen Okay Es klappert Es klappert Und plüstert sich Nein, das nicht Aber okay So Aha Oh Ja, weil der Tor ist wieder am Gang Habe ich eigentlich jetzt noch Speere? Ich hab noch drei Stück Ich hab noch drei von den Speeren Was ich ziemlich cool finde Kann ich zur Seite rollen? Na gut Na gut, dann nicht Aber hier ist noch ein Bäumchen Auch nicht Na Dann nicht Da sind Kisten Okay Eine flüssige Chemikalie Sehr gut Hervorragend Also hier ist das mit den Chemikalien echt sinnvoll Denke ich Und den Gut Dass es mit so Gewürmen kombinierbar ist Das ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll Aber Ich find's gut, dass man die hier hat Die Sachen So, da ist nischt Muss ich mich da durchquetschen? Ah ne, hier ist die Tür Entriegelt Ist das die vom Anfang? Ist das die? Oh, ich bin schon hier Okay Hm Ja, so schnell kann das ja noch nicht zu Ende sein Ich meine Ja klar DLC ist nie besonders lang Aber so kurz kann ich mir jetzt nicht vorstellen Wir versuchen mal was Mal gucken, was passiert So Ich hab die Medizin Du wirst schon Ja Und seinem Freund ist ein neuer Kopf gewachsen anscheinend Mit dem Boot Ja War klar War klar Das Boot war schon Wo bist du, Mädchen? Ja Das Boot war schon wie oft präsentiert Heller da gelegen Das musste ja noch irgendeinen Sinn haben Oh, da hinterher Komm Rein da Hey Lass meine Familie in Ruhe, Arschloch Oh, jetzt geht's zu Nee Oh Weg ist er Mhm Ich glaub auch Oh Neuer Szenenwechsel Wo sind wir denn? No